Hallo und herzlich willkommen, hier das zweite Video über Prepping in Panama. Prepping in Panama bedeutet hierbei nicht auf die Apokalypse sich vorbereiten, Toilettenpapier und Schnaps zu horten, um Tauschmittel zu haben, sondern das Vorbereiten auf die tatsächlich bestehenden Umwegsamkeiten, Probleme bei der Versorgung in Panama. Auch wenn Panama an sich mit dem Panama-Kanal an einem Ort sitzt, wo ein, ich weiß nicht, ein Drittel, 20 Prozent des Welthandels durchlaufen, also eine unfassbare Menge an Gütern durchlaufen, wird hier offensichtlich sehr wenig entladen. Sie müssen sich vorstellen, Panama hat etwa etwas über vier Millionen Einwohner, die sind über das gesamte Land verstreut, 1,2 oder so was sind in etwa im Großraum der Hauptstadt, der Rest ist über ein Land verstreut an einer langen Schlange, einer Straße der Panamericana. Das Ganze auf einer Fläche von Bayern, aber eben mit, ich glaube, 800 Kilometern Länge, also ein nicht gerade logistisch gut erschlossenes Land. Es gibt auch keine Eisenbahnlinie nach Costa Rica oder ähnliches. Das heißt, logistisch gibt es hier Herausforderungen, weil alles per LKW transportiert werden muss und unter den vier Millionen Einwohnern hat natürlich nicht jeder die Kaufkraft, dass er sich alles Mögliche kaufen kann. Das dürften die Gründe sein. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Defizite bei den Fertigkeiten, hier gewisse Dinge umzusetzen. Aber eine der Lehren dabei ist, in Panama kann man sich nie sicher sein, ob etwas, das nicht absolut ordinär ist, absolut alltäglich am nächsten Tag überhaupt noch verfügbar ist. Daher zeige ich Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein kleines Video aus einem Teil meiner Getreidesammlung. Hier sehen wir Spelt, das ist Dinkel, Rai ist Roggen. Wie Sie sehen, eine Menge verschiedener Packungen. Und ich habe hier noch ein Video mit meinen größeren Packungen, Vollkornmehl. Der Grund ist einfach, ich habe nie zuvor Spelt gesehen, Dinkel. Als ich es gesehen habe, habe ich sofort alle gekauft, denn wie gesagt, nach über fünf Jahren Panama ist man vorbereitet auf die Probleme, die es in der Logistik gibt. Daher habe ich jede einzelne Packung im Laden gekauft. Beim Roggen, das findet man ganz selten mal, aber ich sehe es so alle zwei Jahre mal im Geschäft. Da kaufe ich ebenfalls alles. Das hier ist Vollkornmehl. Vollkornmehl ist auch schon wieder selten. Die Leute hier mögen immer nur das Süße. Es gibt zum Beispiel beispielsweise, was Getränke angeht, gibt es in großen Flaschen nur Cola Light, kein anderes Light Getränk. Ganz selten mal irgendwie Schweppslide oder sowas, aber wenn Sie was aus Deutschland kennen, Fanta, Pepsi, alles mögliche. Nein, ausschließlich Coca-Cola. Wenn Sie Glück haben, finden Sie mal eine Dose mit Pepsi Light oder irgendwas. Die kostet aber dann gerne 85 Cent für eine Dose. Das ist also ein absolutes Luxusgut. Die Leute hier mögen alles mit Zucker und sie mögen kein Vollkorn. Das heißt, wenn Sie Vollkornmehl wollen, ist es so schon schwer zu finden. Und Pillsbury Best habe ich mal probiert. Hervorragendes Mehl. Der ist auch wunderbar, um Sauerteig anzusetzen. Kulturbildung, Ast rein. Ich habe eine Packung gekauft. Ich glaube eine, vielleicht auch zwei. Und die hatte ich zuletzt im Februar 2020 gesehen. Ab dann habe ich wie ein Verzweifelter danach gesucht. In x verschiedenen Läden habe ich nichts gefunden. Und dann eben jetzt vor acht Wochen oder sowas gehe ich in einen Laden. Auf einmal sind da mehrere Packungen. Wieder jede einzelne Packung eingesteckt. Und wie Sie sehen, auch eingeschweißt. Ich habe mir ein Gerät zum Einschweißen gekauft. Das bringt ja nichts, wenn man Vorräte anlegt und die vergehen. Ähnlich sieht es dann zum Beispiel bei Soßen aus. Hier haben wir einen kleinen Sriracha Mayonnaise. Immerhin Mayonnaise. Auch hier sehen Sie wieder mehrfach. Ich habe übrigens, glaube ich, noch vier weitere dieser Flaschen. Soßen ist auch wieder so ein Sonderobjekt, was hier nicht häufig ist. Ich habe 2018, 2017, als ich nach Panama gekommen bin, habe ich einen Sriracha Senf gefunden. Sensationell gut. Ich glaube, ich habe mir eine Packung gekauft. So groß in etwa. So. Das waren das 250 Milliliter. Als er verbraucht war, wollte ich neuen kaufen. Ich habe ihn nie wieder gefunden. Und das habe ich jetzt öfter gehabt. Hier gibt es selbst Badia zum Beispiel. Ist eine relativ häufige Marke. Und die haben eine Hot Sauce, Cajun, irgendwas. Zwei Jahre gebraucht, bis ich sie wieder gefunden habe. Obwohl Badia überall ist. Das heißt, nur diese eine Hot Sauce habe ich dann nicht gefunden. Andere Badia Produkte habe ich jederzeit gefunden. Daher ist es jetzt so, wenn ich irgendeine Soße finde, die sich interessant anhört, kaufe ich eine Flasche, gehe auf den Parkplatz, mache sie auf, probiere sie, die ist lecker. Gehe wieder rein und kaufe mindestens sechs, acht, vielleicht alle, die sie da haben, damit mir es nicht wieder passiert, dass es mir ausgeht. Und so geht es dann weiter. Krombacher zum Beispiel. Ich war früher nie ein Pilz-Fan, aber bei Krombacher, muss ich sagen, die kleinen Dosen, gerade vielleicht auch in dem Vergleich, was ich an anderen Bier in Panama gefunden habe, habe ich wirklich Gefallen daran gefunden. Anna, meine Freundin, hat es ebenfalls sehr gemocht, vor allem, als ich erzählt habe, dass Krombacher den Regenwald rettet. Und ich war auf Studenten-Partys, die dann unter dem Motto liefen, in Würzburg saufen für den Regenwald. Das heißt, auch so eine jüngere, erwachsenen Phase Erinnerung, habe ich ihr davon erzählt. Daher hat sie dann immer gesagt, komm, lass uns wieder den Regenwald retten. Habe ich seit, was, irgendwann Juni 2020 nicht mehr gefunden. Und so habe ich viele andere Dinge, wie gesagt, daraus lernt man. Hier habe ich jetzt zum Beispiel den Rest meiner Schokomüsli-Sammlung. Das waren mal wahrscheinlich 40 Packungen, weil die Marke jederzeit verfügbar ist. Brüggen, aber das Schokomüsli nicht. Das heißt, wir sind, uns ist es mehrfach ausgegangen und wir beide haben sehr viel davon gegessen. Wir haben es sehr gemocht. Ich habe inzwischen mich etwas satt gegessen. Ich esse nicht mehr viel davon. Anna liebt es aber nach wie vor. Die isst jetzt eine Packung nach der anderen weg. Und es ist immer wieder, sind es uns ausgegangen. Also habe ich dann irgendwann, hatten wir dann so ein Ritual. Wann immer ich in den Supermarkt gehe, gehe ich zum Mehl, schaue, ob es Pillsbury Best gibt. Ich gehe zum Bier, schaue, ob es Kronbacher gibt. Und dann gehe ich zum Schokomüsli und schaue, ob es Schokomüsli gibt. Und dann gehe ich zu den Soßen und schaue, ob es irgendeinen tollen Senf, irgendein tolles Ketchup gibt, was sich spannend anhört. Und das ist so praktisch ein Ritual, was ich heute weitestgehend noch durchführe. Jetzt etwas weniger intensiv mit dem Mehl, weil ich doch einen passablen Vorrat aufgebaut habe. In Kürze übrigens ein Video, wie ich ein Brot backe, was sehr guter Qualität ist. Wie ich mit der Brotsituation in Panama umgehe. Wir Deutschen oder ich denke Österreich und Schweiz ist ja nicht anders. Wir wissen ja, wie das mit der Brotsituation weltweit ist, dass unser Brot heilig ist. Und das kann man zur Not auch einfach selber herstellen. Da zeige ich Ihnen dann, wie ich ein ganz ordentliches Brot relativ einfach hinbekomme. Auf jeden Fall habe ich da so meinen Rhythmus gehabt. Und da kamen dann eben mal 40 Packungen zusammen. Und dann habe ich doch wieder aufgehört zu kaufen. Und wie Sie sehen, geht das hier weiter. Aber das geht natürlich nicht nur. Das ist natürlich nicht nur der Fall bei Müsli, sondern es findet auch bei dem, was einer in Niederbayern Aufgewachsener natürlich haben muss, nämlich Bier. Sie sehen hier zwei Packungen. Das ist aber noch nicht alles. Denn auch das hier habe ich in einem Geschäft entdeckt. Moment, da habe ich noch mehr. Hier habe ich noch ein Video. Hier sehen Sie noch mehr. Und ich dachte, ich hätte noch ein drittes, auch wenn ich es gerade nicht sehe. Karlsbräu. Sehr lecker. Gibt es in einem Geschäft. Und ich habe schlicht wieder so viel gekauft, wie ich konnte, weil das Kellerbier und das Lager von denen so gut schmeckt. Das mag im deutschen Vergleich vielleicht gar nicht gut sein. Inzwischen habe ich auch einen Bierladen gefunden, schon so vor drei Jahren, der in der Stadt ist. Der soll wohl auch von einem Deutschen betrieben werden. Vielleicht kann ich mit dem mal hier was für den Kanal machen. Der importiert Bier, aber das Importbier ist halt Tucherhelles, finde ich ganz ordentlich. Es gibt so ein paar ordentliche Biere, aber ein Kellerbier, ein Zwickel, hatte ich mal Lust drauf. Und das habe ich probiert und das war sensationell gut. Und jedes Mal, wenn es Radler gibt, auch gerne von dieser Marke, jede einzelne Dose wird gekauft, weil ich Radler liebe. All solche Sachen. Als Panama-Bewohner lernt man, dass wenn man etwas findet, was man mag und das nicht ein einheimisches Produkt ist oder wenigstens eines aus Nordamerika, dann kauft man es besser in rauen Mengen, so dass man damit leben kann, dass man es Jahre nicht mehr hat. Denn auch hier wieder ein Nussbeispiel. Ich esse gerne Nüsse als Snack und so weiter. Und da gab es in einem Price-Markt, das ist sowas wie Costco, sowas wie Seelgroß hier, nur dass man da die, oder Edeka Cash & Carry, glaube ich, heißt es, nur dass man sich da die Mitgliedschaft kauft und nicht ein Unternehmen haben muss. Also sie verkaufen Großpackungen und die haben Nüsse. Und da gab es mal mit grünem Tee-Geschmack. Und die Nussmischung war sensationell und natürlich gab es sie dann wieder drei Jahre nicht. Also habe ich dann, als sie wieder da war, habe ich jedes Mal, wo ich da war, ich glaube, zwölf Packungen gekauft von fast einem Kilo. Und am Schluss hatte ich wohl 40 Kilo Nüsse da und dann war es wieder verbraucht. Und jetzt, inzwischen sind diese 40 Kilo Nüsse durch Anna und mich gegessen worden in den letzten anderthalb Jahren. Und es gibt weiterhin keinen grünen Tee. Würde ich diese grüne Teemischung haben wollen, gerade wenn es mich danach verzehren würde, hätte ich sie wieder nicht. Dadurch, dass ich sie natürlich jetzt anderthalb Jahre oder sowas zur Verfügung hatte, so viel wie ich wollte, ist mein Bedarf danach wieder etwas gesteckt. Das ist also so eine Art Prepping, die man hier betreibt. Der super Nebeneffekt dabei ist natürlich, dass man gleichzeitig natürlich auch ein bisschen auf Krisen vorbereitet ist. Das ist, gerade wenn man sich das einschweißt, kann es sehr nützlich sein. Und ich rede auch hier jetzt nicht wieder von der Apokalypse oder dem Dritten Weltkrieg, wobei es natürlich auch in einem solchen Fall sinnvoll wäre, sondern es war so, dass vor einem halben Jahr in etwa, hier, das ging auch durch die weltweiten Medien, das war, glaube ich, auch in Deutschland in den Medien, haben vor allem die Indios, aber auch andere die Straßen blockiert, die Panamerikaner, und zwar quer durchs ganze Land. Wenn man von Costa Rica zur Stadt fahren wollte, hätte man wahrscheinlich vier Wochen gebraucht oder sowas. Die haben ab und an mal aufgemacht, aber ansonsten war es zu und da haben sie die Regierung de facto erpresst mit diesen Straßensperrungen, dass sie a, das Benzin subventioniert, weil sie vorwarfen, dass das Benzin zu teuer ist. Meines Wissens ist das eine staatliche Ölgesellschaft, die das Öl importiert. Also ist der Staat auf jeden Fall da irgendwo mit involviert. Und gleichzeitig gab es auch noch Aufforderungen bezüglich Politikergehältern etc. Also da gab es Versuche, Reformen durchzusetzen. Das ist allerdings meines Wissens gescheitert. Der Endeffekt war aber, dass natürlich, weil die Infrastruktur alles von der Panamerikaner abhängt und die gesperrt war, nach einer Woche sah man das im Supermarkt. Da wurde es zunehmend leerer, die frischen Früchte wurden zunehmend weniger. Ab und an kam mal ein LKW durch, aber eben nur ab und an. Für mich persönlich war es irrelevant. Ich habe alles da. Ich kann wahrscheinlich zwei Monate ohne einkaufen zu gehen. Essen, frisch Gemüse geht natürlich dann irgendwann aus. Und dann kommt noch hinzu, auch hier wieder Pricemart, was ich erwähnt habe. Da sind die Sachen etwas billiger, aber dafür sind die Packungen größer. Und gleichzeitig geht man da nicht jedes Mal hin. Und das heißt, wenn ich Gemüse-Dosen kaufe, wenn ich irgendwas in Dosen kaufe, dann kaufe ich halt mal sechs Packungen A6. Also habe ich 36 Dosen und die reichen halt dann auch wieder eine Weile. Und das ist so das, was hier im Prepping zum Teil wirklich notwendig ist. Wenn wir dieses Bier, was ich hier jetzt Ihnen zeige, wenn Sie das haben wollen und Sie kaufen fünf Dosen, dann können Sie davon ausgehen, dass es eine realistische Chance ist, dass wenn Sie das nächste Mal zum Supermarkt gehen, Sie nichts mehr davon finden, nachdem Sie auf den Geschmack gekommen sind und es dann vier Jahre nicht mehr sehen, zwei Jahre nicht mehr sehen oder nie wieder sehen. Ich suche bis heute meinen Sriracha-Sent. Ich habe ihn bis heute nicht mehr gefunden. Das heißt, hier ist wirklich Prepping eine Notwendigkeit, die einfach aus der Infrastruktur und der Logistik entsteht. Und so mache ich das mit Lebensmitteln. Nicht unbedingt, wie gesagt, weil ich die Apokalypse erwarte. Generell ist es so, dass ich beim Prepping, aber vielleicht sollte ich darüber ein separates Video machen, was ich so an Prinzipien und Vorstellungen habe bezüglich Prepping. Denn wie gesagt, ich sehe mich nicht als klassischer Prepper, der in irgendwie Doomsday-Prepper-Serien auftaucht und dann sich vor irrationalen Bedrohungen fürchtet, einer Alien-Invasion und dann glaubt, zu Fuß 20 Kilometer aus einer Stadt zu marschieren, obwohl er massiv übergewichtig ist und noch nicht einmal daran denkt, sich vielleicht ein Fahrrad dafür zuzulegen. So jemand bin ich nicht. Aber ein bisschen sich auf Dinge vorzubereiten, die auf einen treffen können, es liegt auch nahe. Und als jemand, der eben nicht in einer ersten Weltgesellschaft wohnt und gleichzeitig als Historiker natürlich vielleicht die Dinge auch ein bisschen in anderen Zeiträumen betrachtet und daher nicht den Ist-Zustand als für immer gegeben ansieht, betreibe ich durchaus ein paar gemäßigte Vorbereitungen, wie Sie hier eben jetzt sehen. Und wenn es nur darum geht, für meinen Bier-Nachschub zu sorgen. Aber ich werde Ihnen das Video verlinken, meinen Horror, den ich bei Corona erlebt habe. Und da war es natürlich der Vorteil, wenn man mit dieser Methode die Dinge angeht und dann plötzlich überraschend eine Prohibition eingeführt wird, dann hat man genug Bier, um diese einfach gemütlich auszusetzen, wenn man es wagt, das Bier zu trinken, weil natürlich war auch der Konsum verboten. Und weil wir alle wissen, dass ich extrem gesetzestreu bin, habe ich selbstverständlich zu diesem Zeitpunkt nicht mein Bier getrunken. Ansonsten wäre das ja illegal gewesen. Das war es soweit an dieser Stelle. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Ich betreibe, ich bin hauptberuflich YouTuber inzwischen tatsächlich. Nicht mit diesem Kanal, sondern mit den Kanälen, die Sie unten in der Beschreibung finden. Schauen Sie doch dort vorbei, wenn Sie sie noch nicht kennen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, klicken Sie einen Daumen hoch, hinterlassen Sie Kommentare. Was würden Sie noch gerne an Themen sehen? Was würde Sie noch bezüglich Prepping etc. interessieren? Denn ich habe da noch ein paar Ideen, dass wir diese Serie noch für drei, vier, fünf Folgen weiter treiben könnten. Vielleicht, was würde Sie da noch interessieren? Da gäbe es sicherlich die eine oder andere Anregung von Ihnen. Ich will hier gerne über mein Leben, über das Leben in Panama weiterberichten. Auch, ob das vielleicht was für Sie ist, was die Herausforderungen sind etc. Darauf werde ich künftig eingehen. Schreiben Sie mir Ihre Kommentare. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass ich mich an jeden Kommentar erinnern werde, dass ich zu jedem ein Video machen kann. Dass ich von der Kompetente dazu geeignet bin, kann ich nicht versprechen, dass ich die Zeit habe. Und natürlich kann ich auch nicht sagen, dass ich jedes zu jedem eins machen will. Denn manche Fragen sind vielleicht ein bisschen zu indiskret oder irgendwas in dieser Art. Oder vielleicht sogar unangenehm bis gefährlich für mich, würde ich diese beantworten. Von daher, stellen Sie Ihre Fragen. Vielleicht kommen wir hier noch zu ein paar weiteren Themen. Und wenn es Ihnen soweit gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren. Abonnieren Sie den Kanal, klicken Sie die Glocke, dass Sie künftige Videos nicht verpassen. Und ansonsten schauen Sie auf meinen anderen Kanälen vorbei. Wie gesagt, die sind verlinkt. Wäre schön, wenn ich Sie dort dann sehe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Vielen Dank für's Zuschauen.